Wir nehmen euch mal ein bisschen rein in die Entstehungsgeschichte von Grenzenlos, weil ich glaube, dass es mit der Song, der am längsten gebraucht hat, bis er endlich fertig war, ich glaube fünf Jahre waren es, und der Song kam auch mega überraschend. Ich kann mich noch erinnern, das war vor fünf Jahren an einem Sonntagmorgen. Wir hatten gerade unseren Soundcheck fertig gehabt und dann sollten wir alle auch von der Bühne runtergehen. Und ich dachte so, nö, ich habe noch mal Bock, was zum Klavier zu spielen. Habe mich hingestellt, habe ein bisschen was geklimpert und es kam wirklich so, auf einmal war diese Melodie da und ich habe sie so klar in meinem Kopf gehört und ich so, oh my goodness. Und dann bin ich schnell in unseren Backstage-Bereich gelaufen und habe da schnell meinen Sprachrekorder angeschmissen und habe die Chorusmelodie von Grenzenlos aufgenommen. Und dann hat es, glaube ich, fast noch mal drei Jahre gedauert, bis wir dann zusammengekommen sind und dachten so, hey, da war doch diese Melodie, die war doch irgendwie besonders, die kam irgendwie so völlig überraschend und sie hat irgendwie so viel Freude in sich, lass doch einen Song darüber schreiben. Und dann haben wir tatsächlich über Skype angefangen, diese Song zu schreiben und dann irgendwie ein paar Tage später war der Song fertig. Genau wie du gerade gesagt hast, war diese Freude irgendwie so prägnant für uns in dieser Chorusmelodie, in dieser Dropmelodie, dass wir gedacht haben, hey, wir wollen einfach einen Song schreiben, der ausdrückt, was für eine Freude wirft in unserem Herzen verspüren, wenn wir an das denken, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir uns das angucken, was Jesus gemacht hat, dann ist es das größte Geschenk, was wir überhaupt hätten bekommen können, weil er den Weg zu Gottes Gegenwart hin, dass wir ihm begegnen können, freigemacht hat. Ein für alle Mal, dass wir in vollkommener Freiheit und so wie wir sind, zu ihm kommen können und ihm begegnen dürfen. Und das war für uns der Auslöser, dass wir gesagt haben, hey, diese Freude, diesen Moment der Freiheit, den wollen wir festhalten, den wollen wir in diesen Song packen und haben uns dann einfach Gedanken gemacht, wie wir das so schön wie möglich ausdrücken können. Und so ist grenzenlos entstanden und für uns immer wieder auch, wenn wir diesen Song spielen, ein absoluter Türöffner für die Gegenwart Gottes, wo wir merken, hey, es ist ein Moment, wo wir uns bewusst werden können, was für eine Freiheit wir haben und in was für einer Freude wir einfach Gott begegnen dürfen. Und wir hoffen von ganzem Herzen, dass es euch genauso ist, in diesem Song, wenn ihr einfach ganz viel Freude erlebt habt. Hey, danke, dass du das Video hast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da unten in der Infobox findet ihr noch weitere Videolinks und die Infos. Falls es dir gefallen, dann erzähle ich es deinen Freund auf jeden Fall und schreib was in die Kommentare, damit wir mit dir connecten können. Genau, und ich habe schon wieder das alles vergessen. Abonniert den Kanal! Richtig, richtig cool, dass du vorbeigeschaut hast. Danke dir. Be blessed!